Ja, meine Freunde, da kam doch tatsächlich jetzt noch auf den Nachmittag ein Transfergeräusch rein und zwar Ehren Dinchy und jetzt aber haltet euch fest, zu welchem Club? Ehren Dinchy zum HSV? Das ist natürlich eine dicke Nummer. Wir werden jetzt gleich darüber reden, was genau es da mit Aussicht hat, denn das Interesse scheint gar nicht mal so wenig zu sein. Also das wird jetzt sehr, sehr spannend werden. Vor allen Dingen möchte ich euch aber über eine Sache kurz noch informieren. Meine Geschichte Teil 1 ist jetzt online auf meinem 2-Kanal. Ist unten verlinkt. Der erste Teil von meinem neuen Projekt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen auch supportet, diesen Weg mit mir geht und dann eben da auch gerne einen Kommentar sowie ein Abo da leist. Ist wie gesagt unten verlinkt. Und jetzt beschäftigen wir uns aber mit Ehren Dinchy. So, und ich möchte natürlich, es gibt schon ein, zwei Zeitschriften, die hierüber berichtet haben, aber ich werde hier erstmal namentlich erwähnen. Die Deichstube, die ich auch übrigens unten verlinke, mit dem gesamten Artikel. Und da werden wir einfach mal diesen Artikel ganz kurz einblenden. Zweitliges mit Interesse am Werder-Talent. Achtung, Werder HSV ist heiß auf Dinchy. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Hier, Transfer in der 2. Bundesliga. Ehren Dinchy kommt bei Werder Bremen derzeit nicht so richtig zum Zug. Jetzt soll das Talent das Interesse des HSV auf sich gezogen haben. Ist natürlich eine dicke Nummer, weil es halt ausgerechnet auch noch den HSV betrifft. Der HSV ist aktuell Tabellendritter in der 2. Bundesliga, kämpft um den Aufstieg, hat 25 Punkte und 3 Punkte eben damit Rückstand auf Darmstadt, den aktuellen Tabellenersten. Das ist natürlich, sagen wir mal, nicht so verkehrt für den Aufstiegskampf nach dem 13. Spieltag. Also das sah auch schon mal schlecht aus, sagen wir mal so. Ich bin sehr gespannt, auch ob der HSV es diesmal schafft. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich persönlich würde mich sogar freuen, wenn der HSV aufsteigen würde. Denn dann hätten wir wieder das Nordderby. Ich weiß dagegen, die meinen auch ein Stück weit auseinander. Manche wollen auch HSV einfach unten bleiben und so. Also ist das nicht so. Ich hätte Bock auf Nordderby auch in der 1. Liga, insofern wir halt in der 1. Liga bleiben. Aber toi, 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 davon gehen wir mal aus. Ja, Fakt ist, ich glaube, der eine oder andere wird auf jeden Fall auch wissen, Hamburg Stürmer, wer fällt euch die 1. ein? Robert Glatze, richtig. Jetzt aber das Problem, es gibt keinen zweiten Offensivstürmer. Also keinen zweiten Mittelstürmer beim HSV. Und diese Position könnte dann eben er in Dienci einnehmen. Also der HSV sucht so ein bisschen jemanden als Ersatz für Robert Glatze, wenn der eben dann auch mal vielleicht verletzt ist, gesperrt ist, früher raus muss, dass man da eben einen weiteren Mittelstürmer hat. Für Dienci ist das Ganze natürlich sehr interessant, weil er dann eben genau in diese Position reinrutschen würde, in die Mittelstürmerposition. Ich glaube, dass er beim HSV allgemein auch gute Chancen hätte, sich auch so zu zeigen in der 2. Liga. Da kennt er. Ich glaube, es ist eine ambitionierte Liga. Und um den Aufstiegskampf mitzumachen, das hört sich zumindest nicht so verkehrt an. Nochmal, wir müssen dabei natürlich bedenken, es ist unser Nordrivale. Das heißt, diesen Wechsel würde nicht jeder fein finden. Da jetzt auch an der Stelle mal eure Meinung in die Kommentare. Vor allen Dingen ist es auch sehr interessant, würde Hamburg Dienci kaufen. Das ist natürlich so eine Sache. Langejährigen Vertrag und 700.000 Mark wert kann ich mir eher nicht vorstellen. Wobei, es gibt natürlich auch mittlerweile diese ganzen Klauseln. Laie mit Kaufoption, vielleicht dann die zu Kaupppflicht wird im Falle eines Aufstieges. Dann kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen mit einer kleinen Leihgebühr. Und dann Kaupppflicht im Falle eines Aufstieges. Das kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Denn ich hatte ja schon bereits zu euch letztens gesagt gehabt, dass Dienci ist nun mal unsere Stürmer Nummer 4. Und vor allen Dingen ist da auch so ein bisschen das Problem, ist er wirklich der Ersatz, den er dann sein muss. Denn nehmen wir nun mal an, Völkug verletzt sich oder Duxch verletzt sich. Dann rückt Burg in die Startelf und dann haben wir eben nur noch Dienci als Ersatz auf der Bank. Ja, ich weiß, wir haben nominell auch Goller, aber der ist leider völlig außen vor. Ihr wisst alle, ich halte auch viel von ihm, mag ihn auch. Aber auch da läuft der Vertrag aus. Also auch da ist ein Winterwechsel, Winterabgang nicht so unwahrscheinlich, muss man dazu sagen. Ja, Fakt ist, das halten wir jetzt erstmal ein bisschen fest. Dienci ist, nee, andersrum, HDHSV ist interessiert an Dienci, hat seine Augen auf Dienci geworfen. Sobald das natürlich spannender wird und wir hier auch über einen fixen Wechsel dann vielleicht reden oder das Ganze heißer nochmal wird, werde ich euch auf jeden Fall auch Bescheid sagen. Sonst, wenn ihr weiteres dazu erfahren wollt, lest gerne den Artikel, den ich unten verlinke. Und jetzt bin ich erstmal raus, bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Wechsel, zu diesem Gerücht. Und ja, damit bin ich raus. Ciao, ciao. Ciao.